Grüß euch, mein Name ist Spernard Bär und ja, ich habe ein Loch in der Hose. Viel Spaß bei der folgenden Sendung. Konzentriert euch, da bin ich. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Ich grüße Sie aus dem Monte-Grillo-Club. Ja, aus dem blauen Monte-Grillo-Club, roter Stuhl. Herzlich Willkommen, ein Wahnsinn, mein Stargast Bernhard Speer. Servus Bernhard. So schlimm ist es nicht. Wobei ich darf heute gar nicht sagen, also ich muss dazu sagen, das ist wirklich erstmalig, dass ich bei einem Interview... Ein Neuendudler gespritzt trägst. Ein Neuendudler gespritzt trägst. Sehr selten, ja. Kommt normalerweise nicht vor. Aber ich muss echt sagen, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und das ist wirklich das coolste Setting. Ich hoffe, man tut da nicht dann irgendwas anders abwerten, aber ich habe heute wirklich, das ist das coolste. Ja, es gefreut mich sehr, es gefreut mich sehr. Es steckt eine Führarbeit dahinter. Man muss es ja erklären, den Monte-Grillo-Club. Der Bernhard ist unter die Late-Night-Show-Moderatoren gegangen und hat sich den Monte-Grillo-Club selbst gebaut, sein eigenes Fernsehstudio. Kurt Ospern würde sagen, der Standort muss geheim bleiben. Das wäre sehr nett, ja. Irgendwo auf dem Berg sind wir da gerade. Sag mal. Wenn man sich nicht blöd stellt, kann man es sogar rausfinden, aber wollen wir kein Rätsel draus machen. Nein. Ja, das ist mein Club. Das ist der kleinste Club Österreichs, so wie ich das sehr herzlichst immer benennen darf. Grandios. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir zwei sitzen ja, du bist zum zweiten Mal auf dem roten Stuhl. Ja, das stimmt. Das ist schon länger her. Genau. Insgesamt gibt es eigentlich Seiler und Speer betreffend, das ist jetzt das dritte, aber beim ersten Interview war der Seiler alleine. Das war vor sieben Jahren, das habe ich heute extra nochmal nachgeschaut. 2007, ne? Genau. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil dann wäre es ja vierter. Dann wäre es ja vierter. Naja, wir sind in einem Club, die Rechnung geht sich schon aus, da wegen dem Todler gespritzt und macht sich auch schon bemerkbar. Lustigerweise ist es nämlich so, Bernhard, dass beim ersten, wo das Seiler alleine war, die Situation die war, dass du noch immer so im Hintergrund warst, dass das gar keine Rede, es wäre keine Rede davon gewesen, dass du da im Bild auch auftauchst, weil du der Filmemacher warst. Ja, genau, also der Typ hinter der Kamera, ich muss sagen, war ich auch noch nicht so weit, dass ich mich da früh die Kamera bewegen wollte, also nicht in diesen Seiler und Speer Kosmos. Der hat da gerade, das war eine spannende Zeit, nämlich. Kabarett hat er gespielt, oder? Genau, er hat Kabarett gespielt und ich meine, dass das Heimkommst schon auf dem Kanal drauf war, am YouTube-Kanal, aber noch nicht sozusagen die Aufmerksamkeit erregt hat, dass das so ein Hype… Ja, Heimkommst war ja generell so, das war ja, so wie du sagst, das war ja ein Jahr auf dem Kanal drauf, auf YouTube. Ja. Und war eigentlich nur das zweite Single-Auskopplung für Ich will nicht. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das hat es schon gegeben, ja. Das ist nämlich spannend, weil da darf man anderen nicht an der Theorie verfallen, dass wenn direkt nach dem Upload das Interesse nicht gleich so groß ist, dass das noch nicht bedeutet, dass praktisch das nicht gut ist, oder? Ja, da bin ich schon bei dir, das war vielleicht 2007 so. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich ein anderes Gefühl. Also das ist alles schon so schnelllebig, dass du wahrscheinlich in den Sekunden schon angreifen kannst, ob das jetzt für den Markt da ist und ob das funktionieren kann. Und… Weil es damals noch weniger auf YouTube gegeben hat, weniger Content, oder? Ja, so genau kann ich das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber du kriegst ja sehen, ich weiß nicht, wie viel du in Social Media unterwegs bist, aber das ist ja jetzt eh kein Geheimnis mehr, die Videos werden immer kürzer, die Schmeiß werden immer flacher und ja, und das werden mittlerweile auch von Bands, werden Singles produziert, noch und nöcher und ja, man kriegt das dann relativ schnell mit, wann was funktioniert und wann nicht. Ich glaube auch, dass die Zeit noch viel, viel schnelllebiger ist als noch damals, gell? Ich weiß nicht, ich geh jetzt am 40er zu und mittlerweile rede ich dann auch schon so her wie mein Papa vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist schon langsam zu alt für den Scheiß. Ich krieg's auch nicht mehr mit. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Konstrukt funktioniert, dieses ganze TikTok-Ding. Das klingt wirklich schon wie mein Papa. Ich weiß nicht, wie's funktioniert. Weil, wie gesagt, mit unserer Sendung versuchen wir halt wirklich höchste Qualität zu liefern und halt da geht's um 37 Minuten, die halt wirklich vollgestopft sind mit vielen Ideen und so. Und so wie ich das jetzt mitkriege in den Social Media, so wie TikTok, da werden einfach 7-Sekunden-Videos gemacht oder sind 17 Sekunden. Das ist dann schon die langweilige Directors Cut. Und das geht einfach gut, weil du siehst das ja auch an die Zuseherzahlen und an die Kommentare, das geht so, das geht so schnell, aber es ist auch am nächsten Tag dann wieder weg. Und dann wird das nächste nachgeschossen. Ja. Und wenn du nicht gleich nach 5 Sekunden die Aufmerksamkeit des Zusehers an dich gerissen hast, dann hast du eh schon wieder verloren, weil da entscheidet sich ja gleich ganz am Anfang. Ja, und wenn du sensibel bist, macht das dann auch was mit dir. Dann solltest du das ganz schnell aufhören. Und das ist so bei mir, ich komme ja vor einer Zeit, die klingt schon wieder so wie mein Papa, aber ich komme ja vor einer Zeit, wo man halt wirklich ein Produkt produziert hat und sich wirklich viel Gedanken darüber gemacht hat. Dann ist man ins Schnitt gegangen, also so war es zumindest bei mir, so wie bei Horstlos zum Beispiel, wo wir halt wirklich monatelang reingekakelt haben und erst wenn das fertig gewesen ist, dann haben wir es einer präsentiert und dann war das unser ganzer Stolz. Und mittlerweile ist es, wie gesagt, wirklich so, das geht vor einem Moment auf den nächsten. Du hast ein ganzes Videostudio auf dein Handy und dann kommt der Filter drauf und dann schießt das weg. Und außer damit. Und außer damit. Ja, und so wie du sagst, dann nächsten Tag musst du wieder liefern. Ja. Und so weiter. Ja. Und wenn du dann den Response kriegst dann für das, den du dir erhoffst mit solchen Sachen, dann kann das was mit dir machen. Ja. Mit dir machen ist auch schönes Stichwort, weil ich habe die in dem Interview von damals, als wenn man euch zwar jetzt von Charakter her vergleicht, als den sensibleren Charakter sozusagen kennengelernt in meiner Interpretation und auch der ein bisschen schaut, wie formuliert man was in Interviews und wie könnte das ankommen und so weiter. Und jetzt hast du ja mit deiner eigenen Late Night Show quasi da direkt ins Kreuzfeuer der Kritik, wenn man so will, begeben. Weil ja, wenn du heute eine eigene Show hast, alles einmal gleich einmal zerlegt wird und bis ins kleinste Detail analysiert. Hat dir das Prominentsein mit dir jetzt doch schon die vielen Jahre deine Persönlichkeit verändert, dass du da jetzt leichter wirklich in die erste Reihe vor die Kamera stehst? Also ich glaube, persönlich hat es mich nicht verändert, aber ich bin mit der Sache gewachsen und habe einfach dazugelernt, wie es halt funktioniert. Und man sagt uns halt immer nach, dass wir halt authentische Kerle sind und das sagen, was wir uns denken. Und auch das muss man dann lernen, dass man das auch dann wirklich macht und dass man sich dann nicht so vorbereitet und sich dann etwaige Dialoge schon im Vorhinein überlegt, was sagt man dann, wenn der das sagt. Es ist also, wir haben jetzt ein supernettes Gespräch. Die andere Seite war ein Interview mit Fragen-Antwort-Konzept und so. Und wer mich kennt, weiß, das mag ich überhaupt nicht, deswegen schätze ich auch das so. Und ich mag das halt auch urgern. Dein Format, weil es wirklich ein Gespräch wird mit Tiefe und jetzt auch nicht dieses A-B-Prinzip ist. Die haben ja wahrscheinlich zuhauf durchgemacht, oder? Genau. Und das mag ich einfach nicht, weil ich fühle mich dann immer so herprüft. Weil du musst dann halt innerhalb von einer kurzen Zeit eine Antwort geben, die am besten knackig und intelligent ist und eloquent. Und ja, ich tue mich gerne vorbereiten. Auf Interviews kann man das auch machen, aber da schätze ich ja lieber das Gespräch, wo ich mich nicht vorbereiten muss. Da machen wir uns lieber zwei Halmtutler gespritzt und dann quatschen wir, was uns gerade so einfällt. Und das nenne ich dann authentisch und das muss man lernen. Und das versuche ich dann in meiner Sendung auch so zu machen. Man muss natürlich ein paar Eckpunkte, du musst schon wissen, wer der Gast ist und was er gemacht hat und was er noch so vorhat. Aber im Prinzip schaue ich, dass ich das genauso, und da bist du tatsächlich ein Vorbild für mich. Tatsächlich. Ja, ist wirklich schade. Dass ich wirklich versuche, jetzt kein Interview zu machen. Und ich will auch nicht in meiner Sendung mit dem Gast reden und jetzt irgendwie nochmal seine ganze Biografie aufruhen, weil das interessiert mich. Also das interessiert mich nicht, wäre jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, der, der sich das Format ausschaut, und der einschalt bei der Wahrheit ist, derjenige zu Gast, der kennt die Biografie sowieso. Ja. Und deswegen ist es immer schön, wenn es dann wirklich ein Gespräch wird, das ein bisschen tiefer geht. Ich meine, ich brauche jetzt kein Terribistun, soll es auch keine werden. Aber es darf schon mal tiefer gehen und vielleicht, dass da der Zuschauer rausgeht und sagt, so jetzt habe ich etwas über den Typen erfahren, das habe ich noch nicht gehört. Ja, mir fällt gerade ein Zitat von Peter Rapp ein. Ja. In dem Zusammenhang. Großartig. Ich habe ihn gefragt, er ist ja für die Spontanität in seinen Moderationen. Er ist ja dafür bekannt. Ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn. Er ist gebucht und erkundigt sich zehn Minuten vorher, was da passieren wird. Ja, ja. Und er hat zu mir gesagt, ich gehe auch nicht irgendwo privat zu einem Besuch, wo ich eingeladen bin und überlege mir vorher, welche Fragen ich stellen werde, als Vergleich. Ja, ja. Genau so ist es. Im Showgeschäft manchmal leichter und manchmal schwieriger dann umzusetzen in der Praxis. Aber gut, er hat sich ja eh ausgezeichnet mit seiner Moderation. Ja, absolut. Und hat wahrscheinlich auch nicht immer die besten Kritiken geerntet. Ne, und man begibt sich auch in die Gefahr, dass einmal einfach auch etwas in die Binsen geht. Das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Ja, aber der Peter ist halt ein Typ und den holt man sich, weil man erben mag. Und man holt sich im Peter Rapp und holt man sich nicht irgendeinen Moderator. Ja. Und das ist das Schöne. Der hat halt Charakter und der ist halt der Typ. Ja. Und das war immer so mein Ansporn. Ich will für die Menschen der Sperli sein und nicht jetzt irgendein Late Night Moderator. Und deswegen darf ich auch dann so reden, wie man die gerade schon gewachsen ist. Und die Leute, glaube ich, wissen das auch zu schätzen. Obwohl ich jetzt auch wieder draufgekommen bin. Natürlich mit dieser Reichweite akquirierst du natürlich auch da wächst so schlafende Hunde, die von dir generell ja eh nicht viel halten, aber die jetzt dann den Sinn vorgeben müssen. Zum Beispiel hat einer einmal gesagt, dass in einer letzten Sendung dreimal alter sagen ist, wie das geht halt gar nicht. Nein, da wird jedes Wort zerlegt dann natürlich. Ja, aber das obliegt dann mir, ob ich mir jetzt dann etwas draus mache. Und das habe ich auch dann lernen müssen. Ich bin einer, ich schaue mir das jetzt nicht mehr an. Weil ich komme in den Genuss, dass ich mich dann irgendwie dann ein bisschen selber geißle. Ich habe mich letzte Woche schon ertappt, wie ich dieses Kommentar dann lesen durfte. Habe mich ertappt, dass ich sage, okay, dann muss ich jetzt schauen, dass ich mir das ein bisschen angewende. Und dann sind wir schon wieder bei authentisch. Alter, geht gar nicht. Wird schon kopflastig. Mach ich auch nicht. Ich denke mir, in jeder Kunst gibt es ja immer so eine Selektierung. Du musst so sein, wie du bist und musst die Kunst so ausleben. Und wenn der dich nicht will, dann bitte geh zum nächsten, weil einer, mach einen Platz für den, der mich schon will. Und das muss man halt lernen. Aber trotzdem, ich bin da vorher auch geschissen. Wenn man natürlich der Typ ist, so wie ich zum Beispiel, der es gern jedem Recht machen will. Wenn man gern hat, dass man irgendwie, ich meine, das ist so ein Naturell einfach, glaube ich, wenn du das hast, dass man gern jedem gefallen würde. Was in der Realität natürlich eh völliger Schwachsinn ist, weil das eh nicht funktioniert. Aber da tut man sich natürlich dann schon schwer teilweise. Das muss man schon sagen. Vor allem das Ding ist, es bleibt am Ende des Tages dein Scheiß. Weil derjenige, den du jetzt nicht gefällst, der steht schon lange auf der nächsten Baustelle und sagt dem Nächsten, dass er einen Scheiß macht. Also das ist so meine Meinung. Also das heißt, da geht es gar nicht um die wirklich konkret, sondern der sucht einfach die nächste Gelegenheit dann dort, wo er seinen Grand ablassen kann. Es gibt ja einen schönen Namen, das sind ja die Trolle. Und die wird es immer geben. Und die findest du dann auf Plattformen, wo wir wahrscheinlich eh nichts zu tun haben. Und das habe ich dann halt gelernt auch. Dass ich gesagt habe, okay, wenn ich meinen Beitrag anschauen von der Seite, wo sowieso alles gelegt wird, wo Typen sich auslassen über Sachen, da stimmt ja das mit der Augenhöhe nicht. Und da bin ich schon mal draufgekommen. Das sind ja teilweise auch Leute, die wollen ja mit dir auf gleich sein und darum beleidigen sie dir einmal. Dann glauben sie, okay, machen wir den nieder, dann kommt der weiter in die Höhe. Das ist ein bisschen laviere, was ich da herrede. Aber ich hoffe, du verstehst mich. Ich versuche mir nicht zu viel Gedanken darüber zu machen. Wie gesagt, ich habe einfach gelernt, dass ich das jetzt nicht an mich zuvelasse. Weil es würde mich in meinen Projekten einfach bremsen. So wie ich jetzt dann überlegt habe, okay, jetzt darf ich nicht mehr Alter sagen. Und ich muss ja ein bisschen schauen, dass es ja ein bisschen eloquenter wird alles. Aber dann verliere ich auch meinen Spirit und meine Spontanität. Gerade in der Anfangsphase, wenn man sich als Late-Night-Show-Moderator, das ist jetzt ja kein gewohntes Terrain. Nein. Wenn man sich eh erst einmal als Typ finden muss. Klar, man sagt, man ist im besten Fall, was man ist und authentisch. Aber trotzdem, in dem Moment finde ich, wo Kameras rennen, fährt immer ein gewisses anderes Programm, als wenn wir einfach jetzt ohne Kameras da sitzen werden. Man kann den Zustand im besten Fall zu 95 Prozent erreichen. Vielleicht sage ich jetzt aus zwölf Jahren Erfahrung. Aber es ist immer noch ein kleines, okay, jetzt rennen die Kameras nicht, gell? Es ist ganz was anderes, ja. Und wenn sich dann einer behaupten, traut, dass er sagt, ja, ich würde das jetzt anders machen, bitte steh dir her, mach einmal, probier's einmal. Ja, mach das einmal. Ja, mach das einmal. Und deswegen, ja, man soll sich ja nicht mit solchen Dingen aufhalten, aber trotzdem, ich komme trotzdem immer wieder in den Genuss, dass ich mir über sowas Gedanken mache. weil man halt mit so einer Sendung halt natürlich Reichweite akquiriert, das war ja auch mein Plan irgendwo, nicht? Und dann erwischt halt Leute, die das vielleicht nicht mögen wollen. Ja. Aber das darf auch sein, ne? Aber es gibt immer so einen schönen Satz, wenn du nichts Gutes oder Schönes zu sagen hast, dann sag ich mir gar nichts. Ja. Aber so funktioniert es halt nicht. Es sind halt viele Leute, die sich halt gebärden wollen oder irgendwie auffallen wollen. Und wie gesagt, das habe ich eben gemeint, wenn da jetzt einer ist, der sowieso nie mein größter Fan war oder wahrscheinlich nicht einmal weiß, wie ich ausgeschaut habe oder ob ich da bin, der Zweiter von Cylons Speer, den werde ich sowieso nicht erreichen. Ja, da wird's wurscht sein, was du... Und wenn der mir ein schlechtes Kommentar schreibt, dann wird er wahrscheinlich, während ich das lese, schon bei Pizera und Jas hängen drinnen und sagen, das ist halt auch scheiße. Ja. Und somit geht er heim und sagt, wow, heute habe ich wieder geliefert. Ja. Aber dann soll das so sein. Ja. Und man sagt ja auch gern, wenn sich der so mit meinem Leben beschäftigt, dann hat er wahrscheinlich kein eigenes... Ja, aber das ist ja auch ein Kompliment, so gesehen, für dich. Ja, du fallst auf jeden Fall auf. Ich habe das auch lernen müssen. Ich habe da... Der Standard hat so einen schönen Beitrag geschrieben, über Montecrillo Club, nach der ersten Folge. Wo ich am Anfang ein bisschen gekifelt habe, weil da sind halt auch so ein bisschen... Wurde das auch ein bisschen besprochen, die Sprache, die ich spreche. Und es kam ein Genderwitz von mir, der wurde da jetzt auch nicht so lustig aufgefasst. Und die Thematik ist generell darum gegangen, ist das jetzt lustig, was der macht oder nicht. Und da habe ich ein bisschen Hilfe getragen. Aber ich habe dann auch geschaut, wer die Redakteurin ist und so. Und die hat auch Bohemian Rhapsody komplett aufgemacht. Okay. Und hat gemeint, das ist ein Scheißfilm. Okay. So. Jetzt denke ich mir, es ist doch schon ein großes Kompliment, dass man dir überhaupt einen Beitrag schenkt. Ja. Und so muss man das sehen. Und am Ende des Tages war es doch ein guter Beitrag. Aber du musst das halt danach auszulesen. Und das große und ganze sehen. Und das ist halt mit so neuen Projekten. Es ist immer so, dass am Anfang dann läuft das jetzt einmal auf. Das ist was Neues. Was ist das? Das hat es so noch nicht gegeben. Und natürlich bist du einmal eine Zeitlang der Liebling. Ja. Aber es kann dann relativ schnell gehen, dass du dann halt in der Schusslinie stehst. Wenn die Vorschusslorbeeren einmal verbraucht sind oder so. Gut. Mit denen kann ich sowieso nichts auffangen. Aber ich sehe es ja selber. Ich schneide ja das ganze Zeug auch selber. Und ich sehe ja dann eh selber. Selbst studiere, was noch zum Verbessern ist und was man alles machen kann. Ja. Ich arbeite sowieso jeden Tag an mir. Ja. Und ich bin eh der größte Zweifler und Kritiker für mich selber. Ja. Ist aber glaube ich eher gut, weil ich glaube schon, dass man in dem Moment, wo man das angehackt hat und abgehackt hat und sie denkt, man ist eigentlich eh schon ziemlich cool. Dann ist eh wieder ein Stillstand. Das ist der Tod für jeden Künstler. Das ist das Schlechte. Ich meine, irgendwo träumt man natürlich dafür, dass man irgendwann einmal doch das Selbstvertrauen kriegt, dass man sich nicht permanent hinterfragt. Aber ich finde, das ist ja auch total anstrengend. Also man muss ja irgendwann einmal zur Ruhe kommen, finde ich. Ja, das ist ja die Kunst des Lebens. Da weiß ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich mit ganz vielen Künstlern reden und einmal so einen Querschnitt ziehen. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die sagen, ich bin jetzt der größte. Und es hat welche gegeben, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr. Habt ihr zum Beispiel mit Sailor und Speer irgendwann den Punkt erreicht gehabt, wo man sich wirklich gedacht hat, scheiße, wir haben da echt was geschaffen. Und dass man das jetzt nicht in einer überheblichen Art und Weise, aber einfach für sich selber auch einmal zugeben traut, hey, wir haben da wirklich was Großes geschaffen. Ja, da würde man blind durch die Gegend rennen, weil auch wenn du vor einem Donauinselfest heruntergehst und die Leute schreien da noch immer eine Viertelstunde nach, du sollst weiterspielen, dann hast du irgendwas nicht verstanden, wenn es nicht so wahr ist. Und wir sind mit dem ganzen Projekt so viel Wege gegangen, so viel Auf und Abs von, ja, diese Momente, wo wir uns jetzt gedacht haben, okay, wir sind die Geilsten, die hat es auch sehr wohlgegeben, aber das war ja in einem Rausch von dem Erfolg, den wir da gehabt haben. Ist es dann sogar so, dass du da Sachen, was weiß ich, von Interviews oder Fernsehbeiträgen siehst und da denkst, boah, wie übertrat waren wir da oder so in die Richtung? Genug, genug. Echt? Ja, das habe ich auch super gefunden. Aber es gibt also Beispiele, willkommen Österreich, Steinmann und Grissermann. Das ist tatsächlich, ich habe immer eine Zeit lang gedacht, ich muss eigentlich in Kuhn raushängen lassen und sagen, nein, so war mir halt, das passt schon und so. Aber ich muss halt wirklich sagen, da lasse ich die Hosen, aber ich schenie mich richtig für den Auftritt. War das noch zu früh vielleicht auch? Nein, es war genau diese Phase, wo wir zuerst geredet haben darüber, wo ich eigentlich mehr hinter der Kamera gewesen bin und mich auch dort wohlgefühlt habe. Und plötzlich bin ich natürlich der Kompagnon von denen und dann brauchen sie da auch sich dazu und dann haben sie mich halt für die Kamera geschleppt. Ich habe mich immer gewehrt, aber mein Manager und Freund hat auch immer gesagt, Bursche, wenn du das sein willst, dann musst du die Interviews und dann musst du die Vierer stellen. Aber da war ja die Basis schon heimgekommen, oder? Also das war ja dann nicht einmal, du musst, du tue dich halt auch ins Bild, sondern das war Seiler und Speer. Das war Seiler, ja, aber was Teppel. Und wir haben ja nach wie vor Arbeitslos trat und ich habe ja nie aufgehört jetzt zum Arbeiten. Für dich hat sich das noch immer so vermischt gehabt, dieses alte Leben mit dem plötzlich auch... Ist aber nach wie vor so, ja. Echt fühlt sich das noch immer so an? Na sicher, ich hakele, das darf man schon sagen, ich hakele ja den ganzen Tag und ich arbeite sehr viel und das halte mich halt dort, wo ich hergekommen bin. Also das Einzige, was halt wirklich ist, wenn wir auf Tour gehen oder einen Weekender spielen und dann geht es auf die Bühne, da habe ich ganz super Leute rundherum um mich, die uns sogar jeden Meter am Pfeu hinmachen, wo es heiß ist, weil da brauchen wir wirklich nichts mehr überlegen. Und da brauche ich auch nichts machen, das genieße ich. Aber wenn ich daheim bin, dann muss ich was machen. Und ich mache auch den größten Teil vom Montegrillo Club. Ich schneide das, ich schreibe das, ich mache das. Ich habe natürlich auch da ein ganz tolles Team, aber den größten Teil habe ich mir selber noch überlassen, weil es ist einfach lieb. Ich könnte mich da gar nicht so zugeladen. Und als Moderator vom Montegrillo Club, jetzt habt ihr sechs Folgen schon abgedreht, oder? Fünf Folgen. Fünf Folgen, okay. Die sechste kommt jetzt ab. Okay. Ist das in kürzester Zeit passiert, in zwei, drei Tagen gleich, oder? Wie meinst du die Folgen? Dass das gedreht worden ist? Nein, nein, wir drehen einmal im Monat. Okay. Und hast du schon das Gefühl, dass du da schon eine Entwicklung für dich selber durchgemacht hast, dass es sich immer sicherer anfühlt und nicht als, wie wenn man ein Schauspieler wäre oder so? Nein, man kann schon sagen, dass es in Steps gegangen ist, weil wir haben ja eine sechste Folge haben wir ja schon getraut, das war quasi der Pilot, den haben wir vor drei Jahren. Ist eigentlich ja Wahnsinn, wenn das schon begonnen hat. Echt arg, das habe ich selber nicht gewusst. Ja, da waren es zwei. Ich müsste ja an den Raum basteln, seit ich da eingezogen bin. Und eingezogen bin ich 2018. 2018. Also die Studios haben wir eingezogen. Ja. Der Standort muss nachher vorgehandeln. Genau, wie wir dieses Studio dann bezogen haben. Genau. Und das war 2018 und da habe ich eigentlich schon zum Basteln angefangen. Und da entstand die erste Idee und ich glaube, es waren noch zu Corona-Zeiten, wo wir dann den Pilotendraht haben. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, das ist ja logisch. Ja, selbstverständlich. Das ist ja super durchgegriffen. Ich glaube, da hat es angefangen. Aber hast du zum Basteln angefangen mit dem Hintergedanken, dass du vielleicht einmal eine eigene Produktion starten willst oder eine Show oder irgendwas? Die Story ist ja das, wo wir uns befinden, ein alter Ziganraum gewesen mit einem grauslichen braunen Tebisch und so dicke, ich meine, manche mögen das mit so einem dicken Schrank, wo dann die Zigarren drinnen gelegen sind irgendwann einmal. Und irgendwo in einer Ecke sind dann noch die Fernsehkabel rausgegangen. Anscheinend war da ein gemütlicher Ziganraum, wo man sich halt irgendwie an den Film auch geschaut hat. Die Typen nehmen bei uns. Genau. Und irgendwie ist das dann entstanden, dass ich natürlich alle meine Instrumente da mal eingegeben habe, ein elektronisches Schlagzeug und zwei Gitarren am Basshefen und so. Eigentlich ist da alles gestanden. Und da ist irgendwo ein Couch gewesen mit einem Aschenbecher. Und ja, da haben wir halt unsere Homebottes dann gemacht. Und ich bin ja eigentlich so ein Ästhetiker, ich habe das ganze Haus sehr schön hergekriegt. Und das war der einzige Raum, wo ich mir gedacht habe, das hat keinen Sex da. Was macht man mit dem? Das ist einfach nicht schön. Okay. Und dann fängt man halt an. Na gut, reißen wir mal das ganze Holz da aus und da haben wir mal so ein bisschen schwarz anmalen und einen schwarzen Tebel, dass es ein bisschen einen Stil kriegt. Und dann machen wir halt allein einen Jamraum. Und dann ist es halt so weitergegangen. Und bei mir geht das dann halt immer ganz, ganz schnell. Und da habe ich gesagt, ich möchte eine Bühne drinnen haben. Und da steht tatsächlich eine echte Bühne drinnen. Es sind echte Bühne-Elemente. Und da habe ich gesagt, scheiße, aber wie machen wir da jetzt einen Club rein? Und zwar so, wie ich mir einen Club vorstelle. Und dann ist das halt gewachsen und gewachsen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lade ich mir mal eine Band her und ich mache da einen richtigen Geek da drinnen. Und dann habe ich mir einen Mr. Rose, was auch ein guter Freund ist von mir, den habe ich dann eingeladen und die haben da wirklich mit Sack und Pack, sind die mit voller Wäsche hergekommen und haben einen Geek gespielt da. Und ich habe da meine Freunde eingeladen, es waren 20 Leute da. Und wir haben wirklich einen mega Abend da verbracht. Dann kommt das Nächste, wo ich mir gedacht habe, das könnte man öfter machen, das könnte ich halt so ein bisschen mitmoderieren. Dann könnte man halt einen kurzen Talk machen. Und dann warst du eigentlich schon da. Und dann warst du die Lettnet-Sendung. Und dann habe ich mir meinen Host-Disch gemacht, den man vielleicht kennt, wie es jetzt so ist. Sehr viele Vorbilder sind amerikanische und britische Lettnet-Sendungen. Und ja, ganz ins andere. Das ist ziemlich schnell gegangen. Und auf einmal warst du in einer neuen Rolle? Ja, wobei, da haben wir wirklich was auch da, weil es passen bei mir 15 Zuseher ein. Und jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden ist und in den Genuss gekommen ist, auch auf größere Bühnen zum Stehen. Man kann wirklich sagen, vor 15 Leuten spielen ist tausendmal schwerer als vor tausend Leuten zu spielen. Spielen ist nämlich das Nächste. Spielen ist nämlich das Nächste. In einer neuen Rolle auch noch dazu. Weil als Musiker ist man ja, dann denke ich mir schon noch, in so ein bisschen gewohnten Umfeld, weil das macht man regelmäßig. Vor allem, da stehe ich auch nicht allein. Richtig. Verteilen sich die Aufmerksamkeit auf die zwei Leute von Sally und die. Ja, genau. Also es ist ja alles näch. Es ist komplett näch. Weil das ist all eyes on you. Du bist da vorne. Und dann schauen sie dir an. Und gerade am Anfang war es auch so, die haben sich halt auch gedacht, okay, der Sperrli, was wird das jetzt? Und dann schauen sie halt noch ein bisschen kritischer auf die. In einer Vielzahl, weil du hast ja quasi mehr oder weniger schon auf diese riesen Fanbase, die sich Seiler und Sperr eh schwerst erarbeitet hat, schon zurückgreifen können. Wenn du das jetzt ganz frisch beginnst, dauert es ja schon mal Jahre, bis die überhaupt einmal ein paar Leute registrieren. Ja, voll, da brauchst du ja nicht. Vor allem, ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt so funktionieren wird, wenn ich jetzt… Wenn dem Namen nicht. Wenn er nicht. Ja, genau. Aber natürlich, du kannst natürlich jetzt, wenn man von dem her ausgeht, dass ich schon einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Der ist immer… Und so hat übrigens auch Seiler und Sperr funktioniert, weil wir haben uns ja einen Bekanntheitsgrad geschaffen mit Horvatslos. Den haben wir uns ja auch mühsamste Arbeit und den haben wir dann gehabt. Und denen, der Fanbase, du kennst die Story wahrscheinlich eh, haben wir dann unsere Seiler- und Sperrmusik einmal zum Fraß vorgeworfen und einmal geschaut, ob die Leute das Leimann finden. Es gab ja auch viel Soundtrack für Horvatslos. Das war schon im Ansatz, so ein bisschen Gitarrschranzerei und ein bisschen an Dirlekt und so. Das hat es ja schon gegeben für Horvatslos. Und ich behaupte es auch heute noch, ohne den einen Step hätte das nicht funktioniert. Vielleicht in einer anderen Form, aber vielleicht auch nicht in der Geschwindigkeit. Das hätte ja nicht funktioniert. Also deswegen liebe ich diesen progressiven Verlauf, dass man schon Stufen für Stufen braucht. Und was Seiler und Sperr nicht, würde ich ganz sicher nicht heute in Genuss kommen, dass ich da meine eigene Erlebnis-Sendung in den Ausmaßen machen könnte. Man kann aber zusammenfassend sagen, dass ja nichts vom Himmel gefallen ist. Für die drei Steps jetzt mal nicht zusammenfassen. Eh nicht, eh nicht. Aber das ist das Schöne. Und das vermisse ich so ein bisschen an der heutigen Motivation, irgendwie ein großer Künstler zu werden. Weil ich kenne viele Leute, die sagen halt natürlich, was ihr geschafft habt, das ist mega und dort würde ich auch hin. Und das vergessen oder sehen viele Leute nicht, was man dafür eigentlich machen muss. Und dass das Zeit braucht. Es gibt ja viele Musiker, die sagen, die wollen jetzt gleich auf die große Bühne. Am liebsten nur Support spielen auf die ganz großen Festeln. und haben aber noch keine fünf Glicks gespielt. Was ich sagen will, es fehlt manchmal ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man viel, viel reinhacken muss, bis irgendwann einmal was aufgeht. Wirkt das so, wenn man einmal ganz groß geworden ist, dass das so vom Himmel gefallen ist und die haben ja nur Glick gehabt und haben eigentlich nichts dafür getan? Das ist sozusagen der Gedanke. Ja, das hört man ja auch ständig. Oder die Staatskünstler und vom ORF gepusht, bezahlte. Wir haben alles schon gehört. Aber auch da ist das Ding, das sagen ja nur Leute, die sich halt überhaupt nicht mit uns beschäftigt haben und auch nicht wollen und einfach jetzt nur mal einen rausgehauen wollen. Aber trotzdem, mir fällt zur Zeit ein bisschen das Bewusstsein, wenn du wirklich auf die Riesenbühne willst oder irgendwie den Weg gehen willst, dann musst du auch den Weg gehen. Das fällt mir auch gerade ab. Das muss ich gerade fragen, weil das interessiert mich gerade in dem Zusammenhang. Es gibt ja jetzt auch den Solo-Part Herr Speer, den musikalischen, der sehr wesentlich ist, finde ich. Und das ist auch für mich total überraschend. Es gibt viel Überraschendes, das so in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Euch kennt man ja nur als Seiler und Speer. Das hat ein bisschen dieses Stermann-Grissemann, die kennt man immer noch im Duo sozusagen. Und ich glaube ja, dass Horvathslos zwar auch total bekannt war, aber die ganz große Masse ist Seiler und Speer. Das ist natürlich klar. Und da denkt man sich dann ja, die zwei gibt es immer noch im Doppelpack. Da hat man zum Beispiel der Stermann erzählt, dass das ein totales Problem sein kann, wenn einer jetzt ausbrechen will oder einmal für sich was machen will, dass das doppelt schwierig ist, weil es immer heißt, die zwei Stermann-Grissemann so. Worauf will ich hinaus, frage ich mich gerade. Aber das ist total spannend. Ich verstehe dich da komplett und die Frage, natürlich steht die im Raum, aber auch aus dem habe ich mir von Anfang an nichts ausgemacht, weil es gab vor Seiler und Speer schon ganz viele Musikprojekte in meinem Leben. Und natürlich geht es jetzt her, warum macht jetzt jeder ein Solo-Ding. Und mir hat das schon nicht gefallen, dass einer sagt, der Seili macht jetzt ein Solo-Album. Warum muss man immer dieses Solo davor setzen? Das impliziert halt immer, dass er sich von irgendwas distanzieren will oder die Leute irgendwas distanzieren will. Er ist ein eigenständiger Künstler, genauso wie ich. Er hat schon immer Musik gemacht, vielleicht in einer anderen Genre, genauso wie ich. Dann soll es einfach heißen, der Seiler macht jetzt sein eigenes Album. Genauso wie der Speerle macht sein eigenes Album. Aber das ist immer das Solo und das schwingt immer mit, jetzt machen wir keine Du-Geschichte mehr. Also ich denke, das ist absoluter Blödsinn. Weil natürlich hat er auch seine Projekte. Und ja, man kann natürlich hergehen und sagen, nach zehn Jahren, und so lange gibt es uns jetzt schon gemeinsam, will man sich irgendwann einmal auch etwas eigenes machen. Wir sind keine Zwillinge. Wir sind keine Zwillinge. Und selbst Zwillinge, weil ich habe auch eine Zwillingsschwester, selbst die wollen irgendwann einmal jeder seins machen. Und wir müssen das auch machen, weil sonst stagnierst du irgendwann einmal. Ja. Weil er hat genauso seine Melodien im Kopf. Und wenn er zum Beispiel immer warten muss, bis ich daherkomme mit der Gitarre und sage, hey, ich habe da eine Idee, willst du nicht einen Text dazuschreiben? Da werden wir nicht alt miteinander. Automatisch liegt ja auch dann immer die Frage auf, okay, grieselt es da? Gibt es Trennungsgerüchte? Das war wahrscheinlich in den Medien jetzt das Thema nochmal eins. Das ist das Erste, ja. Das ist das Erste. Ich meine, ich muss leider sagen, die Frage liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Weil wenn das zehn Jahre lang, wenn es man gefühlt immer im Doppelpack erlebt hat und plötzlich gehen beide irgendwie so ansatzweise eigene Wege, das ist, glaube ich, ein menschliches Phänomen oder Reaktion, dass man sich denkt, oh, hopp, hopp, halt das, grieselt es da. Der Mensch ist halt auch neugierig. Ich finde, das ist halt wie in jeder Beziehung so. Wenn man so viel Zorn piekt in so einer intensiven Zeit, na klar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie grieselt oder dass man sich am Arsch geht. Aber unser Horizont ist bei Weitem mehr als nur er und ich. es ist sowieso nichts für ewig also der Meinung bin ich schon und wir haben ja jetzt vier Jahre kein Album miteinander geschrieben echt so lange ist das schon wir spielen immer unsere ausverkauften Touren und das ist schön das liegt an unseren tollen Fans aber ich finde das darf schon sein man kann einmal andere Wege gehen und natürlich das hat keiner gesagt dass dieses Projekt ewig gibt und ja das muss man so auch hinnehmen ich glaube auch das habe ich im Leben schon oft festgestellt gerade auch in Bandkonstellationen hat alles so seine starken Jahre wo wirklich die meiste Energie drin ist und da geht auch urfühlen und dann muss ein Weg sich auch sagen wir jetzt einmal trennen weil einfach alles gesagt ist man hat sich im Bandbus jeden Schmisch hat sich einmal erzählt blöd ist jetzt blöd aber das sind dann ja oft die Sachen wo man das Gefühl hat okay es ist alles erzählt es ist jeder Text geschrieben weil es geht ja dann auch um Produktivität es geht man muss dann zu zweit wieder wie du sagst neue Nummern liefern die Erwartungshaltungen von allen Seiten sind immer da gerade wenn man so fette Hits geschrieben hat wie Heimkunft wo man sowieso glaubt da kann man nie wieder was drüber setzen weil das ist ja quasi österreichische Musikgeschichte mittlerweile schon man kann halt was anderes drauf setzen und ich bin ein Künstler ich arbeite viel mit ich muss die Muse küssen ich kann jetzt man hört immer so von ganz schlauen Seiten ich müsste jetzt ein Album nachfetzen oder es ist Zeit dass jetzt wirtschaftlich gesehen ich müsste jetzt ein Album rausfetzen weil dann können wir wieder eine Tour verkaufen und das ist jetzt gerade alles so irgendwie Thema okay macht man auch in dem Sinne dann einen Druck dass ich immer denke ich muss ich muss da jetzt mich hinhocken und ich muss jetzt Musik produzieren und das sowas funktioniert bei mir die Büroarbeit von 8 bis 16 heute muss ich Hits schreiben du kannst den Maler sagen da sind wir hinten da in der Straße braucht eine neue Fassade ja okay das ist das ist ein Handwerk das kann man machen aber Musik und Kunst funktioniert so nicht und wenn die Muse nicht da ist dann kann ich dann kann ich auch jetzt nicht hergehen und meine ganzen Akkorde durchwurschteln dann kommt das nicht sagen wir so ich glaube wenn es authentisch bleiben soll weil ich meine es gibt ja Firmen die wirklich für Künstler Radio Hits schreiben oder Songs das ist die Fassade in der Siemerstraße das funktioniert ja aber wenn man der Typ nicht dazu ist und authentisch sein will in allen Belangen des Lebens und dann glaube ich auch nur die notwendige Kraft ausstrahlen kann dann funktioniert es halt eben nicht dann kann man nicht auf Knopf ich glaube das kann jeder und auch der Seile und ich sind schon in den Genuss gekommen dass man dann auch mit dem zweiten Album und ich will das auf keinen Fall schlecht drehen weil da steckt auch viel Liebe drinnen aber da gibt es schon ein paar Nummern die eigentlich nur funktionieren haben müssen weil man das Album wenn man den Album ein bisschen auch fetten gegeben hat also man hat es halt vollstopfen müssen weil du kannst ein Album nicht mit sieben Liedern ausfetzen und dann gibt es halt Album Tracks und das ist sowas das mag ich nicht und das bin ich auch nicht dass ich jetzt dann sage ja da hucken wir uns jetzt hin und dann spüren wir mal was ich gehe da werden rache und dann schreibst du halt irgendwas also das bin ich nicht und die schönsten Liedern von Seile und von mir und Seile und Speer die sind in einer Zeit entstanden wo ganz viel Emotion drinnen gelegen ist das hat so Tiefe gerade so Alarbin das hat für mich das ist so für manche ist es vielleicht irgendwie eine Hymne um zwei in der Früh aber für mich hat das so das ganz ein schweres Ding Kulteste und das und das das ist jetzt auch mein Anspruch geworden wenn man was oder Hörden zum Beispiel das für mich ganz emotional ist das ist für mich eine der besten also eine meiner Lieblingsnummern und die sind mir auch urwichtig und dann hergehe und sage schreibt jetzt ein Album ich kann mir das nicht vorstellen dass ich jetzt hergehe und wieder hiehucke und sage okay dann schauen wir dass wir da irgendwie zuweil kommen das war halt jetzt gerade die Situation und die Erwartungshaltung aber da geht es einfach um wir brauchen wieder wir müssen eine Tour verkaufen und wir müssen ein neues Album verkaufen also wirtschaftliche Faktoren ich genieße ja auch den Luxus dass es dann halt finanziell auch passt und deswegen kann ich mir so einen Clubball leisten das kostet viel Geld das Ding das weiß ich auch zu schätzen aber wie gesagt wir sind keine Roboter und mir ist das urwichtig dass halt wenn wir was machen dass das eben so wie die Nummern dass das wirklich Gewicht hat das soll Gold sein das muss eine Dichte haben und wenn das nicht Gold ist dann ist es irgendein Aluklumpen erleichtert das glänzt zwar dann im ersten Moment auch schön da gibt es halt wieder was Neiges aber in Wirklichkeit das ist... das hast du vorher kurz angerissen das hast du vorher kurz angerissen Höden oder irgendwas ich schreibe Songs die für... fast für jedes Leben irgendwann ein relevanter Text sein können mein Heimkommst ist jetzt nicht der Klassiker der einem in dem Moment einfällt weil das ist ja aller Welt aber auf einen Punkt formuliert und einen Song gemacht wo wirklich sich jeder irgendwann mindestens einmal im Leben angesprochen fühlt ich glaube das ist ja sowieso die größte Kunst die man jetzt mit einem Song erreichen kann Ja, aber solange du authentisch bleibst und das sagst was dir gerade so durch den Kopf geht dann funktioniert das auch und wenn du jetzt irgendwie konstruiert irgendeine Liebesgeschichte dorthin basteln willst dann wird dir im ersten Moment sicher nicht die Thematik so in der Form einfallen Ja, aber da muss ich dir sagen das ist voll oft, gerade bei den Kabarett-Sachen bei mir immer dieses was hat die größte Kraft einen Text den ich erlebt habe den ich selber geschrieben habe und da gibt es voll viele unterschiedliche Zugänge bei den Kabarettisten denen um es genau zu nehmen da sagen auch die Monika Grober da sagen viele auch du lass mir Texte schreiben ich bin ich trage das vor die Kunst ist natürlich dann zu schaffen das so vorzutragen dass die Leute das Gefühl haben sie kriegen es zum ersten Mal erzählt aber da gibt es auch das Handwerk kann man auch lernen also ich will nur damit sagen dass das ich verstehe voll dass das für mich ist das auch am roten Stuhl ich lade mir nur Leute ein wo mich die Geschichte so anfixt oder wie bei dir wo ich jetzt sage boah, er lädt nicht schon und jetzt gibt es so ich sage es jetzt gerade wieder so tut mir leid aber es gibt einen Nebenast boah, was ist da passiert? das ist für mich die Grundbasis für das wir zusammen sitzen da muss ich wirklich was ist da passiert mit Bernhard das möchte ich jetzt wissen ich bin auch genau derselbe Typ ich finde auch anders wird bei mir das nicht glaubwürdig sein dass wir da jetzt sitzen wir haben es ja im Vorgespräch schon du hast mir ja erzählt du hast jetzt auch ein halbes Jahr nichts gemacht oder fünf Monate weil die wahrscheinlich auch nicht die Musik geküsst hat genau und ich glaube jede Kunst und was rennt uns davon es rennt uns nichts davon ganz ehrlich wenn ihr halbes Jahr nichts macht kommt im Hintergrund schon noch dieses Backup-Programm selbst nach zwölf Jahren naja vielleicht vergessen also vergessen aber vielleicht bei dir jetzt ja wird dann der YouTube-Algorithmus nicht mehr gnädig sein das ist ganz sicher wir werden wenn wir jetzt die nächsten vier Jahre kein Album schreiben vermutlich keine Ahnung oder so so wird es uns halt manchmal gerne nahe getragen dann werden wir keine Stadthalle mehr ausverkaufen sind das Ängste die da mitschwingen auch also jetzt nur einfach gefragt nein ich habe keine Ängste mehr davon habe ich mich schon lange gedreht voll schön weil das finde ich das Wichtigste darum habe ich die Frage vorher auch gestellt ob ihr irgendwann auch für euch selber gesagt habt hey wir haben echt was geschaffen in dem Moment verschwinden nämlich auch die Ängste dass wenn das vielleicht einmal nimmer ist weil sonst trennt man ja immer hinterher so reflektiert bin ich schon und so schlau bin ich schon dass ich weiß was wir geschaffen haben aber ich habe meinen Anspruch immer da geht noch mehr oder da geht noch was anderes auch das ist mir schon wichtig aber dass ich irgendwie dass ich keine Angst haben brauchen muss da habe ich schon drauf geschaut cool das habe ich schon die letzten zehn Jahre halt auch schlau mitgenommen so bin ich halt auch erzogen worden dass ich mir vielleicht ein bisschen was auf die Zeit lege also ich meine das jetzt aber nicht unbedingt nur im wirtschaftlichen Sinne sondern auch dieses Aufmerksamkeit und weißt du was ich meine weil ein ausverkaufte Stadtteil ist ja Wahnsinn das ist ein Wahnsinnsmördererlebnis immer wieder aber ich kenne als Musiker es gibt größere Sachen und das ist einfach toll ich weiß das auch jedes Mal zu schätzen und es haut mich jedes Mal aufs Neue um aber wie gesagt ich habe auch ich habe auch meine anderen Projekte und das hält mich auch am Leben und das pflege ich auch und wir pflegen ja auch dieses Seiler und Speer Projekt nach wie vor weil sonst das auch nicht so geht aber wie gesagt es gibt ein paar Tools die funktionieren halt nur wenn du gut drauf bist also du kannst sie würde jetzt mit Seiler und Speer jetzt sagen wir jetzt war vier Jahre kein Album aber die Touren sind immer noch fett ausverkauft da sind sie ja da so zu sagen solange die Leute das hören wollen machen wir das einfach auch weil weißt du da gibt es ja auch oft so der Thomas Spitzer von der RV hat mir das erzählt der hat halt überhaupt keinen Bock gehabt irgendwie nur zehn Jahre die Hits zu trellern und also das war eben sozusagen kreativ völlig uninteressant ich weiß nicht ob wir das als Künstler sagen aber da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Spitzer seiner Seiten ich bin ja auch ich meine ich liebe die Konzerte spielen und ich liebe den Kontakt mit den Fans und das ist ja alles ein Traum und ich weiß es echt zu schätzen aber auf Tour gehe im Tourbus 14 Tage durchgehend zu leben und so zu Hause also ich brauche das nicht ich bin sehr gerne daheim und ja dann tut das die Frage ja ja voll fühlt sich jetzt Herr Speer zum Beispiel als wieder ein bisschen so frisch wie ein Fangen wieder was neu und hat das das ist so wie in jedem anderen Projekt außerhalb der Seil- und Sperr-Geschichte das ist ja immer so lustig weil die Leute versuchen das immer so so zum trennen also das Seil- und Sperr-Ding ist ja genauso mein Ding ja und wenn die Leute dann irgendwie sagen ja und dann dann gibt es Heiler und Sperr-Ding dann würde ich mir auch selber nichts Gutes tun und deswegen das ist meins und das das Herr-Sperr-Ding ist auch meins unbestritten natürlich ja aber ich mache da auch fast keinen Unterschied außer dass ich weiß ich gehe es halt anders da ich weiß ich muss halt mit dem Projekt oder müssen aber ich fange gerne wieder genau da wo ich schon mal angefangen habe mir hat das keiner geschenkt ich bin ich bin nicht mein erster Kick war nicht in der Stadthalle und auch nicht am Donauinselfest wir haben mit Seil und Sperr alle Clubs in Oberösterreich und in ganz Österreich gespielt da waren 200 Leute der Seili hat auch von 50 Leuten Kabarett gespielt wir haben uns das alles gemeinsam aufgebaut und wir haben von Null angefangen und wir haben das zu Tode gespielt das ist das was ich am Anfang gesagt habe dieses Bewusstsein dass wir du musst halt wirklich einmal durch du musst wachsen ja und du musst gesund wachsen weil es hat keinen Sinn wenn du sicher die richtigen Leute können hergehen große Radiostationen ich möchte keinen Namen nennen die können hergehen und können also ein No Name in der Sekunde so einen Radau machen dass alles zugeplakatiert ist und dass nur mehr Liedln spielt in der Hot Rotation und du hast den vor einer Woche nicht einmal gekannt die macht haben die bei euch sind sie erst aufgesprungen wenn man gespürt hat dass das ein Selbstläufer ist wir waren wir waren ein Glühlamperl und wir haben wir haben kleert und kleert und das war nur so klar und keiner hat uns gesehen und aber irgendwann fängt das zum Lodern an dann wird es dann wird es ein Flächenbrand und den löschen wer bei der Feuerwehr ist weiß du hast was zu tun aber wenn du jetzt her gehst und sagst den kennt keiner und den pushen wir jetzt an das ist halt wie wenn du auf einem Fleck einen Kanister Benzin hinlässt dann machst du das brennt fünf Minuten dann ist es weg wäre glaubst du das mehr der Auftrag unserer Stationen die es so gibt dass man eher nicht dann erst aufspringt wenn man eh schon weiß dass das eher Selbstläufe ist ich weiß es nicht ich hab da so viel drüber nachgedacht und das sind ja nicht alle so ich weiß ich will da überhaupt keine Namen nennen aber mit meinem Heer-Sperr-Projekt spür ich das schon sehr das meine ich vor wie vor ich meine fühlt sich das schon mehr an wieder dass man da jetzt richtig einhacken muss weil nur weil man sozusagen bei Seiler und Sperr war heißt das nicht jetzt braucht er da herkommen und glaub das ist auch gleich nein das funktioniert überhaupt nicht also ich krieg dann schon mein Airplay aber der hält sich dann in Grenzen und das ist halt dann so dann gibt es tatsächlich kommt man in den Genuss dass man auch gespürt dass so ein gewisser Druck auf einen ausgeübt wird so auf die Art hey macht's lieber Seiler und Sperr das wollen die Leute scheißt auf eure Projekte das wird eh nichts und dann kriegst du so ein bisschen so einen Druck aufgebürgt das hab ich dann irgendwann einmal gespürt und hab mir gedacht so da mach ich nicht mit da mach ich auch nicht mit und deswegen ich pflege alle meine Projekte aber ich hab wieder einmal gelernt wie der Hase läuft da gibt es da gibt es Institutionen die können die in die He treiben in Rekordzeit und sie können die fallen lassen wie ein heißer Starr und das hat mir die letzten paar Jahre hat mir wieder gezeigt wie es anrennt und dass man in dieser Welt in dem Showbusiness leider Gottes nicht alles all zu ernst nehmen wenn man darf gehören diese super Schulterklopfereien nein voll nicht du musst an dich selber glauben und Sitzfleisch beweisen und das machen was dir taugt und ja nicht von irgendwen da lenken lassen und das sag ich und das traue ich mir zu behaupten das sag ich auf dem Level rennts genauso wie auf einem ein bisschen niedrigeren Level das ist voll wurscht das ist das es gibt so viele so viele Drahtzieher die machen können was wollen mit dir das ist wahrscheinlich der größte Lernprozess überhaupt in der Dimension dass man erst einmal schaut wer ich meine wer man es die Frage des Lebens wer man es wirklich ehrlich mit an oder das was ich sagen will nur dass du mich richtig verstehst ich bin Seilandspieler da bin ich auch drin das ist ja der zweite Name das ist ja mein Herzensprojekt und dann habe ich mein zweites Herzensprojekt und das ist so arg diese Spanne da dazwischen was da geht und da halt überhaupt nicht geht wobei beides Musik von mir ist und das ist halt so da merkt man halt einfach auch große Radiestationen das sind nur Firmen Da fällt mir ein Beispiel dazu ein dass teilweise Bands aus die 70er Jahre noch immer unterwegs sind unter dem Namen und da ist irgendein Bläser noch dabei von der Originalbesetzung jetzt überspitzt gesagt ja 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 und das funktioniert trotzdem und es interessiert ganz ganz viele überhaupt nicht ob da die Originalbesetzung noch dabei ist ist ja auch ein Art Phänomen das man vergleichen kann dass irgendwann wurscht ist solange das unter dem Deckmantel irgendwie passiert weißt du was ich meine? ja da frage ich mich dann geht es dann quasi um was geht es geht es da um den Musiker oder geht es da um die Musik oder um was geht es oder geht es um die Verkaufszahlen ach Gott da könnte man glaube ich noch stundenlang drüber reden ja voll aber es ist ja spannend das lehrt dann immer mehr dass man eigentlich viel nicht allzu sehr ernst nehmen sollte oder zu persönlich im Sinne von auch den Persopp den Erfolg manchmal nicht zu persönlich nahe gehen zu lassen weil das ein total trügerisches Ding sein kann wie du sagst das geht dann so schnell dass du dann ein Lied unter deinen Namen rausbringst und musst wieder darum kämpfen das ist ja Wahnsinn ja oder man wird halt schon lange davor angesagelt und verstehe verstehe ja ich versuche es jetzt zum Verstehen und versuche mir da jetzt nicht so viel draus zu machen also ich habe eh meinen Plan ich bleibe einfach das was ich bin und ich fahre da voll drauf mit mir alle meine Projekte ja cool was ist zum Beispiel die Motivation jetzt die Late Night Show zu machen geht es da darum irgendwie auch noch Spannendes im Leben neu zu entdecken nein es ist tatsächlich so dass diese Late Night Sendung das ist schon eine Idee seit Ewigkeiten bei mir weil ich liebe dieses du kennst das sicher noch Tohohobo ja ist natürlich jetzt ein ja Os der Dreihalmkuch geil Franzurada übrigens war das mit dem Aus Franzurada ja urgeil Entschuldigung nein ich liebe es und ich meine das ist wahrscheinlich die crazy Version aber das ist so einfach diese Idee einfach machen was man will das finde ich einfach super also denen ist irgendein Blödsinn reingefallen und ich weiß ja auch noch von Bissens der hat mir das erzählt der ist dort auf Set gekommen da haben null Plan gehabt null und dann haben sie halt angefangen zum Drehen wahrscheinlich nicht bei allem aber der hat mir so eine kleine Anekdote erzählt wo er halt gemeint hat und dann haben sie losgetraut und das ist so crazy geworden und so leibernd und das hat mir so ein bisschen gefallen und in meiner Sendung kann ich absolut machen was ich will und das war halt so die Idee dahinter ich kann ein Sketch tragen ich kann auf die Straße gehen mit einem heißen Mikrofon ich kann machen was ich will und das ist genau meins und von dort komme ich auch Nur halt nicht alter sagen weil dann kriegst gleich Kommentare siehst du da sind wir schon wieder wie eingeschränkt man dann gleich im Kopf sein kann und das darfst du halt nicht und das ist das ist auch genau das Geschichtl es versuchen es versuchen halt alle Leute irgendwo in Rekordzeit irgendwo mit zu reden wenn sie nur ein bisschen einen Berührungspunkt mit dir haben dass sie meinen na da hätte ich eine Idee das könntest du machen oder das war ein bisschen eine Chance und das solltest du nicht so reden und das die Musik müsst ihr machen ich hab mal einen ganzen guten Tipp gekriegt jetzt müsst ihr jetzt einmal ein Geburtstagslied schreiben Seilandsperr na das war ein Hit und dann denke ich mir ja ihr habt alle so super Ideen kauft euch eine Gitarre und macht es einfach selber weiß ich nicht und das muss man sich das muss man sich immer beibehalten und das würde den ganzen jungen Künstlern sagen lasst euch nichts einreden einfach das machen was sie machen wollen was sie so richtig fühlen ein Freund von mir hat erst irgendwie gemeint er muss jetzt mehr austropoppiger werden weil das geht gerade gut oder was nein weil das da meint er das dann ist der Weg schneller irgendwie nach oben ja aber das sind ja dann marketingtechnische Hintergründe die ja aber da habe ich auch gesagt Alter vergiss nicht wer du bist und was deine Kunst ist und was du gerne machst und das finde ich dann irgendwie so da fängt sich jeder zu verbiegen und das ist das was ich auch gedacht habe aber vielleicht habe ich den Luxus dass ich dass ich das ein bisschen besser abwehren kann was die sobald du irgendwie aufmerksamkeit kriegst oder dir selber erarbeitet hast und aufmerksamkeit erreichen kannst durch Social Media oder sonst irgendwas versuchen andere Leute dir irgendwas besser ein zu reden oder oder die irgendwie zum verbiegen so wie dieses ja macht es lieber Seiler und Speer das funktioniert oder damals ich weiß noch der Seiler hat mir erzählt bei Horvathslos Anfrage TV-Station aber das müsste dann so und so sein und da dürfen das und das nicht sein du ich war mit meinem Montecrillo Club auch schon bei ganz anderen Fernsehsendern ok und da wurde ich in Rekordzeit wurde das Format sowas von oben gedrosselt da Beiträge brauchen wir keinen den Sketch kennst klar aus das ist nicht lustig da habe ich mir gedacht ok das ist deine Meinung du kannst sagen ich finde es nicht lustig das ist ok aber es ist nicht lustig funktioniert davon nicht ja oder das tun wir weg machen wir eine Musiksendung draus dann denke ich mir nein alter das ist mein Konzept das ist das ja und dann habe ich halt dann habe ich das halt ablassen müssen obwohl das ein großes Goal gewesen wäre in meinem Leben dass ich den Deal mache aber habe dann leider auch sagen müssen nein ich lasse mich nicht verbiegen ja und das ist halt wirklich urschwer ja voll ja da fällt mir gerade ein der Manuel Rubei hat mein ganz den habe ich ziemlich am Anfang gehabt und der hat mir einen urspannenden Satz gleich von Anfang an gesagt Bernhard behalte das wie du das machst und lass dich ja nicht verbiegen und lass dir niemals was reinreden weil das hat einen eigenen Charme absolut und das ist mir gerade so in dem Zusammenhang eingefallen ja aber ich glaube es gibt auch ganz viele Leute die vielleicht nur auf der Bühne stehen wollen und die konkrete Idee mit was und wie gar nicht haben also weil heutzutage wird ja ja teilweise ständig suggeriert das ist es geht nur um Aufmerksamkeit erregen egal wie und egal mit was berühmt werden sagen wir mal einfach nur berühmt ja aber mittlerweile gibt es ja Plattformen wie TikTok und Instagram wo das halt wirklich funktioniert dass du sagst okay du kannst jetzt vom Kinderzimmer raus kannst du jetzt irgendetwas machen jeder kann sich seine Bühne schaffen ja voll und das hat es zu uns Zeiten halt nicht gegeben und jetzt klinge ich wieder wie mein Papa das hat es einfach bei uns nicht gegeben wir haben halt wirklich liefern müssen und das Ganze hat halt das hat halt irgendwann einmal greifen müssen und wir haben irgendwie eine Plattform suchen müssen wo das auch dann auch gern gesehen wird und dass das halt einmal spruchreif wird und ja du ich mache schon Musik seit ich 15 bin stehe auf der Bühne und jetzt gehe ich um 40er zu und ich kann sagen seit 5 Jahren geht das Ganze richtig gut auf voll cool das habe ich nämlich interessanterweise jetzt gerade bei Herr Speer im Zusammenhang mit einem Interview mitgekriegt ich habe das nicht gewusst und am Schirm gehabt dass du Urfi Benz schon vorher gehabt hast ich begeistert deswegen das hat ja auch vorher keiner am Schirm gehabt weil da hat es auf einmal geheißen der Filmemacher tut jetzt auch Gitarre spielen so ist es rumgekommen ja ja so haben sie es auch geschrieben und da haben wir uns am Anfang auch nicht lange gewehrt weil wir uns auch gedacht okay wenn geschrieben wird dann werden sie es eh so schreiben wie sie es und so voll schiessen nicht aber es erzählt halt nicht die ganze Geschichte und ja und deswegen weiß ich einfach da gehört ganz viel Praxis ganz viel lernen man muss sich da erst einjustieren und man muss ja wie gesagt viel lernen und viel machen dass man dann auch bereit ist für die große Bühne du es ist immer ein blödes Beispiel weil es eigentlich ein sehr nettes Format ist aber Starmenia zum Beispiel da kommen halt auch ganz junge Künstler hin und die haben halt eine super Stimme und das ist auch ein schönes Format ein schönes Unterhaltungsformat nur zum Schluss am Ende des Tages drehen die die Kamera so aus und sagen ja okay das danke fürs Vorbeischauen das war es weil ich beobachte das ja selber jetzt alles noch mit wo die Leute halt jetzt sind und denen wird das dann auch irgendwie falsch suggeriert weil die sagen die sind halt dann vom Kinderzimmer aus kommen die auf die richtig große Bühne ich meine da schauen auch genug Leute zu und das bei Starmen dieses OF Ding das ist halt schon richtig fett und dort stecken sie dann halt und dann werden sie halt ordentlich gefeiert und sie machen das auch gut stimmt aber am Ende des Tages was die glauben dann so funktioniert es ja ich muss aber auch fairerweise sagen dass man dass da aber auch immer zweite Seiten dazugehört die halt scheinbar gern auschecken will wie sich bekannt werden anfühlt und da muss man dann glaube ich immer auch hinterfragen um was geht es jetzt wirklich um Musik weil eigentlich weiß man dass solche Formate eher Unterhaltungssendung ist wie du es richtig gesagt hast ich glaube das wird einem aber auch ganz fair am Anfang auch gesagt ja sie spielen eh mit offenen Karten so ist sie ja nicht aber trotzdem ich habe sie ein bisschen hinten dann mitgekriegt weil ich durfte auch einmal Jury sein ja und dann habe ich das halt schon mitgekriegt so ein Selbstbewusstsein hat es da hinten nicht gescheitert das muss ich wirklich sagen also die sind da schon ich meine sehr cool für den Moment das meine ich die sind dann auch sogar und die haben sich gefühlt wie die Superstars da gibt es schon Leute die wollen nach vorne die brischen nach vorne ja ja die Finalisten die haben das auch super gemacht aber aber die wie gesagt der ganze der ganze Weg der ganze Lernprozess das ist alles weg ich bin ja auch nicht ich bin Elektriker gelernt ich war 3,5 Jahre am Bau und habe eine gestemmt in die Wand und war in der Berufsschule dann war ich der Elektriker und dann hätten sie mich erst auf die Baustelle geschickt das ist jetzt so wie wenn ich jetzt sage ich gehe jetzt mit 14 und kriege einen Autoschlüssel und sage fahr zu der Ding die hat eine Störung und dann tust du dir die Kuchel installieren ja die Leute sind nicht bereit dazu und es gibt Ausnahmetalente und ja ja klar aber ich finde es ist alles sehr schnelllebig und mir fällt ein bisschen so ja der Lernprozess ist irgendwie die Erfahrungswerte fallen irgendwie ich finde es zum Beispiel in unserer Branche auch voll gut wenn man das geregelte Berufsleben unter Anfängszeichen auch miterlebt hat weil auch das gibt dann das notwendige Fundament für das Leben dass man auch schätzen kann wie frei dieser Job dann ist und so und auch das im Überblick alles hat und realistisch absolut das ist nur kurz ausgeschweift das ist für mich total wichtig gewesen das 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 habe ich genauso eingespeichert im Hinterköpfchen und ich weiß immer wo ich herkomme wie hat sich das wenn du jetzt sagen wir die Jahre des sehr Prominentseins reflektierst einmal ist das so wie die zum Beispiel bei Starmania sich vielleicht vorstellen berühmt zu sein und auf der Straße erkannt zu werden ist das nie so wie man sich das vorstellt oder erträumt Nein also ich kann ja immer nur von mir reden aber den Weg den ich gegangen bin mit der ganzen Geschichte der ist so das ist so so ein langer Zeitraum dass es dass es wie gesagt immer Step by Step gegangen ist und ich hatte nie Überraschungen das ja also bei mir bei mir war es eigentlich immer noch eine logische Konsequenz daraus was ich dann erlebt weil man ja vorher schon einiges dafür dauert hat wenn ich jetzt bei einer Castingsendung mitmache und dort in die nächste Runde komme aus dem Kinderteam raus und nächsten Tag rennen sie mich in der Shopping City zusammen dann wird das wahrscheinlich sehr überraschend kommen und ob man dann damit umgekehrt ist die nächste Frage ob man dann damit umgekehrt wenn ich beim nächsten Recall nicht mehr dabei bin dass die Leute wieder vorbeigehen bei dir und du eigentlich wieder wurscht bist das ist eine andere Sache die Drogeaufmerksamkeit wird von heute auf morgen auf null reduziert und ich glaube dass das ich glaube dass das 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 wie gesagt dann auch jetzt nicht so gut ist für für die geistige Gesundheit deswegen ich finde da gibt es sehr schöne Formate aber man muss schon sehr vorsichtig sein damit war ja du hast doch eh vorher angedeutet auch bei euch so dass das trotzdem so riesig geworden ist dass man kurz nochmal nicht gewusst hat wo vorne und hinten ist also wenn du jetzt skizzierst das ist sozusagen eh in einem gesunden Wachstum aber bei euch ist es ja so überdimensional groß also die Kurven gingen bei uns dann schon sehr steil auf aber die Anfangskurve ist halt ein Zeitraum von fünf Jahren auch mit dem Seili gemeinsam ich bin nicht mit dem Seili zusammengekommen und wir waren nächstes Jahr in der Stadthalle das war nicht so wir haben wirklich viel Zeit miteinander viel reingehackelt und wir haben dann schon und natürlich gab es dann diesen diesen Hype und damit muss man halt dann umgehen können aber ich sage immer so gern wenn die ständig jeder in die Hehe hebt und du bist ein Superstar na was passiert wenn sie die in die Hehe heben dann hast du den Kontakt zum Fußboden verloren und das ist einfach so und wichtig ist nur dass du dann auf dein Umfeld hörst und dass du wieder zurückkommst war das bei dir so dass quasi da Außenstehende irgendwann gesagt haben Bernhard pass auf irgendwie du musst Naja die haben das natürlich schon gemerkt es gab dann natürlich Phasen wo wir dann halt keine Konzerte gespielt haben wo wir dann nie mehr Draht haben wo wir dann halt gesagt haben okay jetzt haben wir ordentlich reingekackelt jetzt lassen wir uns einmal ein bisschen ordentlich gehen und natürlich die Verwandten oder deine Liebsten rundherum sagen jetzt bist du aber schon länger unterwegs ich will nicht einmal vielleicht dann wieder runter vom Gas da gibt es Kinder und so weiter ja und dann gibt es halt so Phasen wo du halt denkst ich habe eh alles im Griff und dann gibt es halt dann Momente die dann halt dann sagen okay du hast überhaupt nichts mehr im Griff und dann wachst du vielleicht einmal irgendwo auf wo du in der Fuhr nicht gedacht hast dass du aufwachst wo du drei Tage fuhrt weißt nicht wo weißt nicht mit wem und nicht wissen ja oder du wachst halt in Krankenhaus auf Kurt Ostbahn ja genau ja okay und das das macht dann halt schon was mit einem und da wie gesagt ich bin da muss man halt man muss das meine ich auch man muss halt so viele Wege gehen und da gibt es so viele Steps und manchmal geht der falsche Weg in die Richtung aber den musst du vielleicht einmal gehen weil sonst geht es der Fuhr nicht immer weiter das heißt ich bin ich bin dankbar für jeden für jeden schönen Moment und für jeden geschissenen Moment weil es ist so das 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 zeigt dir dann halt irgendwann einmal den richtigen Weg und nur nur leihend ist halt gar nichts ja und spannenderweise ist aber dann so dass selbst mit dem Rückgrat das du haben könntest dann der wenn du der Mensch bist dass du immer hinterfragst ob eh alles was man tut und wie sagt man was dann als Late Night Show Moderator wieder im Prinzip ich will nicht sagen von null beginnst aber einfach wieder in eine Situation kommst weil ich denke mir so mit dem Erfolg da könnte man doch rausgehen und sagen was wollt ihr alle von mir so ich meine die Menschen gibt es ja auch die bewundert man dann in gewissen Momenten gleichzeitig weiß man aber dass man die Attitude eh nicht vertragen könnte weil wenn man so rausgeht am nächsten Tag hat man dann ein schlechtes Gewissen weil man sich gedacht hat wie wir warten ich da drauf oder wir schon ja wenn man so selbstreflektiert ist dass man sagt okay wenn man das erkennt okay man hat jetzt vielleicht einen schlechten Moment gehabt und sich ein bisschen zweit rausgegangen aber ich glaube unser Erfolg ist auch dass man sehr wohl Selbstzweifel hat aber die gesunde Version vom Selbstzweifel also wir wissen schon was wir kennen aber also ich habe immer den Ansporn ich will immer ich will eigentlich immer mehr und ich will immer mehr kreatives schaffen und ich stelle mir immer gerne eine Challenge das ist vielleicht auch ein bisschen die Basis für eine Late Night Show und Herr Speer zum Beispiel wie gesagt ich habe angefangen ich bin mit das war es in einem Radio Kulturhaus haben wir ein Interview gehabt mit Radio Wien und das war ein von unseren ersten Interviews seitdem waren wir glaube ich nicht mehr bei Radio Wien da fällt mir gerade ein und die haben mich so derartig in die Hosen geschissen das war für mich ganz ganz schlimm und dann kommt das Mikrofon und natürlich setzt er dann einmal auf Fragen dorthin zum Fetzen und irgendwann einmal will er halt von Herrn Speer auch was wissen und das war die Hölle für mich und da habe ich gesagt das kann ich nicht das will ich nicht aber trotzdem bin ich mit der Zeit halt in diese Challenge hineingewachsen und heute kann ich es auch aber da reden wir halt jetzt vor zehn Jahren das waren lange Lehrjahre Aber bitte was für eine schöne Schule fürs Leben einfach auch fürs Selbstbewusstsein Selbstvertrauen also ich meine das muss man auch total positiv sehen weil du nimmst ja genauso als Privatperson das Rückgrat dann für dich mit natürlich sicher aber wie gesagt ich rede vor zehn Jahren und das ist natürlich ein Prozess und das muss man den Weg muss man schon gehen ja ich finde auch und das natürlich hat mir dann natürlich Rückhalt gegeben dass ich da jetzt als als Host in einer Lädnet-Sendung in meiner kleinen Lädnet-Sendung stehe wobei ich habe halt nur fünfzehn Gäste und jeder der auf einer Bühne steht weiß das ist halt richtig hardcore das ist richtig schwer aber nach der fünften Folge gehe ich da auch schon mit einem anderen Gefühl rein ja und man wächst halt mit der Herausforderung das ist so ja aber das erste Mal wie ich da gestanden bin das war das war kurz vorm Umkippen obwohl ich mit meinen herren geschätzten Kollegen schon die größten Bühnen gespielt habe ja aber das eine ist mit anderen nicht vergleichbar das sagt ein Freund von mir war dann da und hat gesagt du wirst dich doch jetzt nicht in die Hosen scheißen oder und da habe ich gesagt Alter wann ich jetzt eine Ecke mehr und ich liege da am Boden und bin bewusstlos so nervös war ich da und der hat gesagt das gibt es ja gar nicht was du schon alles gespielt hast das ist auch wieder eigentlich auch schön irgendwie finde ich ja eh aber das wird auch immer so sein und wir haben jetzt dann wieder eine ganz tolle Tour gespielt eine kleine und auch da stehen wir hinten so der Seili und ich der marschiert hin und her und pumpt sie auf und ich bin auch am Schäbern eine Frage die mich schon uhrlang beschäftigt bei die bei die ganz großen Acts ist ein Mensch für so eine Dimension ein einziger Mensch für so eine Aufmerksamkeit grundlegend überhaupt geschaffen kannst du das für die weißt du was ich meine weil also ihr kriegt ja da keine Ahnung Stadthalle ausverkauft ich meine es gibt viele Acts Gott sei Dank die Stadthalle aber grundlegende Frage ist ein Mensch überhaupt für sowas geschaffen dass man Aufmerksamkeit in dieser geballten Form kriegt in zwei Stunden das ist ja nicht normal jetzt blöd gesagt nein normal ist es auf keinen Fall aber ich glaube so wie der Mensch alles lernen und machen kann kann er das auch machen wenn da einer raus geht und nicht nervös ist dann ist er glaube ich nicht gemacht dafür aber wenn einer dann raus geht und sagt das zu schätzen weiß dann gibt es einen Spirit den man braucht ich habe mir letztens gedacht wenn man zum dritten Mal Papa wird herzliche Gratulation und raus in die YouTube-Welt und das zur Schlagzeile wird die dann alle Zeitungen dann ist man glaube ich groß das haben wir so gedacht wie ich das gelesen habe weil bei Google habe ich noch nachgeschaut die letzten das mache ich immer ganz gern und da war das mit dem Papa werden ja und dann habe ich mir gedacht okay dann bist du wirklich ist das schon ein Indiz ist das schon ich weiß es nicht das war nur mein Gedanke in dem Moment ich habe es schön gefunden weil für das muss man sich jetzt nicht verstecken ich kenne viele Künstler die sagen Privatleben ist Privatleben ja voll das ist eher der Regelfall ich halte mein Privatleben auch weil also bis jetzt habe ich es wirklich ganz aufs wenigste reduziert aber du ich bin so stolz auf den kleinen Bären und auf meine zwei großen hey das soll die ganze Welt wissen ja ich brauche jetzt kein Foto und keinen Arm genau ja aber da bin ich einfach stolz auf und da weh ich mich auch nicht dagegen die Geburt des dritten Kindes ist bei so einem schönen Gespräch ein sehr schönes Ende oder ja ja für mich fängt zuerst einer mit dann die ganze Zeit wie das mit dem Bub ja ich habe meine Zähne zu verraten nein nein das passt schon ich stehe jetzt zu meinem kleinen Zwerg wie gesagt auch zu meinen zwei großen ich halte dir gerade auch davon dass du bei ihm sein kannst ne wir haben uns das schon gut eingetaut sehr gut meine zwei großen ich glaube den haben mich jetzt schon fahrt aber das passt nicht Bernhard danke vielmals ich danke es war wieder einmal sehr schön mit dir voll arg und ich habe heute zum ersten Mal das Gefühl gehabt ich mache richtig Fernsehen weil das habe ich sonst nicht so ja warte du machst du machst so ein schönes Format und ich bin so stolz dass du mich eingeladen hast dankeschön obwohl ich dich eingeladen habe sag mal das war ein bisschen schön oder das ist für mich zum Beispiel voll wie die Kameras noch nicht gekriegt sind für mich ist das wie wenn das im ersten Jahr war wenn du zu mir sagst hey komm vorbei und ich zeig dir in Montecrillo Club und mach mir das doch da ist die Freude genauso im zwölften Jahr über so eine Zusage nur so groß wie im ersten Jahr schön und ich hoffe voll dass das bei mir so bleibt und ich glaube wenn das nicht mehr ist dann werde ich wahrscheinlich werde ich aufhören ja du machst vielleicht was anderes ist auch schön die Angst ein bisschen dass man da dann vielleicht nichts mehr findet was einen so erfüllt schwirrt herum aber ja aber das das spricht ja nur für dich vielleicht brauche ich einmal einen Schlagzeiger für meine Sendung na bist du narrisch jetzt aber du jetzt fangt es um zu räuschen verrende ich jetzt so gibt es mir Sachen die dokumentiert werden wo ich dich dann drauf festnageln könnte das wird sicher mit Genuss kommen das hat mich super gefreut Mara und Dana was du jetzt gerade siehst Wahnsinn Janath ich danke dir für das ich danke dir vielleicht trinken wir noch einen im Dudler gespritzt zum zweiten ja das könnte man jetzt so einfädeln ich habe ja auch noch im Hintergrund wird es mir freudigst geniegt der ist wahrscheinlich froh dass Verteil ist da mach ich doch schon her Leute das war wahrscheinlich eine der lockersten Folgen würde jetzt vom Gefühl her so oder vielleicht ein bisschen anders als sonst ja schön immer wieder gerne es ist voll gut wenn man sich auch selber überrascht danke fürs Zuschauen ich hoffe dass für euch was dabei war haltet den Bernhard dem Christoph und allen Projekten die von ihnen rauskommen weiterhin die Treue und wenn es bei mir bleibt bin ich auch nicht böse das war schön gehen wir uns auf oder bis dann tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020